Hallo und Willkommen zu einem neuen 5 Minuten Video. Mein Name ist Lukas Notnagel und ich stelle euch Github Co-Pilot vor. Github Co-Pilot ist eine künstliche Intelligenz, die mit Unmengen an unterschiedlichem Code trainiert wurde, um bei der Softwareentwicklung zu unterstützen. Github Co-Pilot wirbt mit besonders tollen Ergebnissen für Python, JavaScript, Java, Ruby, TypeScript und Go. Doch auch für PHP ist die Unterstützung schon riesengroß. Nun zeige ich euch, wie ich den Co-Piloten anhand einer einfachen Programmieraufgabe ausprobiert habe. Ich habe PHPStorm in der Präsentationsansicht geöffnet, das Github Co-Pilot Plugin installiert, mit Github verknüpft und schaue gerade in eine leere PHP-Datei in einem leeren Projekt. Unsere kleine Aufgabe für heute ist es, ein Skript zu schreiben, das das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei eingegebenen Zahlen berechnet. Von 24 und 36 ist das beispielsweise 72, also 3 x 24 oder entsprechend 2 x 36. Im ersten Schritt möchte ich jetzt zwei Zeilen einlesen. Schon während ich den Variablen Namen tippe, gibt mir der Co-Pilot erste Vorschläge, die ich aber zunächst ignoriere. Wenn ich dann anfange ReadLine zu schreiben, scheint die KI zu verstehen, worauf ich hinaus möchte und liefert mir einen passenden Vorschlag. Ich bin überzeugt und wähle den Vorschlag aus. Da es mir hier um Zahlen geht, plasse ich den generierten Code jetzt noch leicht an. Wenn ich in die nächste Zeile springe, schlägt er mir der Co-Pilot aus dem Nichts vor, eine zweite Zeile einzulesen. Genau das, was ich wollte. Besonders positiv hervorzuheben ist, finde ich, dass hier der Prompt Text meine Anpassung von eben berücksichtigt. Im nächsten Schritt beschreibe ich in einem Kommentar, welchen Code ich gerne hätte. Der Github Co-Pilot kann diesen Kommentar dann nutzen, um mir direkt einen Lösungsvorschlag zu erstellen. Mit derselben Methode überprüfe ich jetzt nicht nur, dass beide Werte gesetzt sind, sondern auch, dass es sich um valide Zahlen handelt. dann lasse ich die Zeilen in Integer umwandeln und überprüfe Anstrengungen, die schließend noch, dass keine Null eingegeben wurde. qué wird Schon jetzt hat der Co-Pilot mir eine Menge Schreibarbeit abgenommen. Was mir allerdings auffällt, ist die Tatsache, dass die PHP-Konventionen drei Gleichzeichen zu verwenden, um typensicher zu vergleichen, nicht angewandt wird. Hier sollte ich also später besser noch nachbessern. Jetzt würde ich gerne das kleinste gemeinsame Vielfache ausrechnen. Wie das geht? Ehrlich gesagt keine Ahnung. Was mache ich also? Klar, ich schreibe es einfach in einen Kommentar und überlasse es der KI, die gesamte Arbeit zu machen. Der Code sieht super aus, nur leider ist die Funktion gcd, was wohl für größter gemeinsamer Teiler steht, nicht existent. Ist das etwa schon das Ende von dem, was der Co-Pilot leisten kann? Ich frage ihn einfach direkt selbst, indem ich ihn bitte, die Methode für mich zu implementieren. Das sieht gut aus. Jetzt fehlt nur noch die Ausgabe. Nichts geschrieben und trotzdem ein perfekter Vorschlag. Nehmen wir. Gut, fertig programmiert. Oder zumindest gesagt, was programmiert werden soll. Ich führe das Skript jetzt mal aus, um zu überprüfen, ob das Ergebnis stimmt. Für 24 und 36 erwarten wir 72. Hervorragend. Wie man sieht, geht GitHub Co-Pilot weit über eine einfache Code-Vervollständigung hinaus und versteht tatsächlich, was ich gerade tue. Bevor ihr jetzt loslegt und testet, wie der Co-Pilot in eurem Projekt unterstützen kann, muss ich aber noch kurz ein paar Einschränkungen machen. Laut GitHub wird der analysierte Code auf Servern von GitHub gespeichert und verarbeitet. Unter Umständen verstoßt ihr so gegen Regeln, die ihr mit eurem Kunden abgesprochen habt. Zusätzlich denkt sich GitHub Co-Pilot die Snippets zur Vervollständigung nicht aus, sondern generiert diese auf Basis von massenhaft Code verschiedenem Ursprungs. Es kann also sein, dass der Trainingscode vom Co-Pilot unter einer Lizenzbeschränkung stand. Wie sich diese Lizenz auf den von der KI produzierten Code auswirkt, ist nicht mehr nachvollziehbar. Es kann also sein, dass es zu rechtlichen Problemen kommt. Dennoch finde ich GitHub Co-Pilot technisch super spannend und auch ein wenig beängstigend. Teilt gerne eure Meinung in den Kommentaren mit. Vielen Dank. Vielen Dank.